E-Banking bei der Luzerner Kantonalbank. Mein Name ist Piermin Lehner. Ich logge mich zuerst bei der Luzerner Kantonalbank ein, auf der Webseite von Luca B. Hier oben E-Banking. Dann habe ich eine Vertragsnummer erhalten und ein Passwort. Dann geht es weiter. Hier habe ich bereits das neue Login eingerichtet, Luca B. Kronto. Also weiter. Nun erscheint hier ein farbiger God. Den muss ich mit meinem Nattel scannen. Ich habe hier mein Nattel. Klicke hier auf Luca B. Dann klicke ich hier auf Mosaik scannen. Halte das Gerät vor diesen God, diesen farbigen. Auf dem Nattel erscheint nun eine Nummer. Und diese Nummer hier, die tippe ich dann bei dieser Zeile hier ein. Sage Anmelden. Und bin nun online auf meinem E-Banking-Portal. Bis zum nächsten Mal.